So, grüß euch. Da haben wir noch glatt eine kleine Höhle entdeckt, die nicht im Kataster ist. Das ist wirklich sehr klein. Aber ich habe schon kleinere mit einer Nummer gesehen. Das wird das sein, 4 Meter vom Eingang bis zur Wandhilfen. Das muss ich nur 4 Meter schätzen. Hier zu breit zu fangen, je nach hier, 2,5 Meter. Und hier ist bescheiden, 1,50 Meter, wenn überhaupt. Hier 1,20 Meter. Das ist nicht so interessanter vom Gestein her. So brüchig, kalkhaltig. Kalkhaltig. Das ist ja Karst halt. Kleine Karsthöhle. Da könnte man sich schon ein bisschen gemütlich machen. Nicht als Wohnhöhle, aber als Shelter vor dem Wetter, vor Regensturm wird das hier schon ausreichen. Schauen wir mal, ob wir die eingetragen bekommen. Dann wünsche ich euch was. Das war's. Das war's. Dann wünsche ich euch jetzt mal. Dann wünsche ich euch mal. Tschüss.